dieser mercedes-benz viano steht hier zum verkauf der graue van ist fünftürig bietet platz für acht personen und hat einen großen stauraum der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 18.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2014 der wang besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp navigationssystem partikelfilter dachrailing einparkhilfe und vieles mehr der diesel überträgt eine beachtliche leistung von 224 ps auf ein automatikgetriebe kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen